So, jetzt geht's los, jetzt kommen die Könige, der krönende Abschluss, die absoluten Gewinner, der Gewinner, der Gewinner, 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 ganz oben, ganz oben und da gibt es jetzt etwas, das ist so, glaube ich, VR high-end, sag ich mal, Grand Prix Digital geht an Holoride, ich muss kurz was sagen, ich habe auch mal einen VR-Film gemacht, meine Tankstellen ist glücklich, ich fand es irgendwie beeindruckend, dass man mit dem Handy auch so im Raum rumdrehen konnte, ich war fasziniert und die gehen ja noch richtig viel, viel weiter, aber es ist so ähnlich, Grand Prix Digital geht an Holoride. Sohn, mit Autonomous Driving, in-car entertainment will be the next big market, that's why we started, introducing Holoride, Holoride merges tomorrow's Automobility with the fast-growing world of XR Entertainment. Okay, we've all heard of VR roller coasters, VR gaming centers and the like, but Holoride takes it to the next level. It turns extended realities, IoT and AI into a real thrill ride. How it works. Holoride uses navigational information of a travel route and time, combines it with vehicle data from acceleration, stopping to steering, and links one-on-one to a selected virtual world. By the way, the real-time synchronization of the car movements with the artificial world significantly reduces the effects of motion sickness. We kicked off at CES 2019. Together with Audi, we arranged a spaceship ride at the famous Las Vegas Speedway. The people and press were thrilled. We were hailed best of CES four times, reached over 75 million people, and generated more than a billion impressions within the first few days. Holoride will be open to any car manufacturer and content creator in the world. So let's imagine games or educational journeys through different countries, eras, or future cities. Buckle up. Here we go. Mit zwei goldenen Nägeln und einem silbernen Nagel würdigt der ADC die herausragende Arbeit von Holoride. K Sayonara Goblin Marke Vielen Dank.